Hallo alle miteinander! Ihr seid also zurückgekommen, um etwas Neues über Bridge zu lernen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn heute gibt es eine neue Folge Bridge Tutorials mit Milan. Ich hoffe, ihr merkt direkt den Unterschied, denn ich habe mir ein neues und richtig gutes Mikrofon zugelegt. Ich hatte ja leihweise eines, aber das hatte auch nicht so eine gute Qualität. Jetzt habe ich aber eine richtig gute Kamera, richtig gutes Mikrofon und kann loslegen mit richtig gutem Bridge Content. Das Einzige, was vielleicht noch als Manko fehlen würde, wäre, dass wir hier ein Greenscreen haben, aber ich denke, für unsere Verhältnisse soll es jetzt erstmal reichen. Oder was meint ihr? Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr startklar seid für richtig guten Bridge Content, denn genau den werde ich euch heute liefern. Neulich kam ein Freund von mir und hat gesagt, Milan, ich verstehe das mit den Reizungen schon einigermaßen gut und auch allein spielen kann nicht, aber immer nachdem wir gespielt haben, kriege ich irgendeinen Score und kann mir überhaupt nicht erklären, woher diese Zahlen eigentlich herkommen. Minus 110, plus 130, 400, 460, 630, woher kommen diese ganzen Zahlen? Die scheinen natürlich für einen Einsteiger relativ willkürlich, aber da steckt ein System dahinter und heute werden wir genau das besprechen. Wie setzt sich so ein Bridge Score zusammen? Schauen wir uns also erstmal an, wie viele Punkte ich bekomme, wenn ich einen Kontrakt erfülle. Hier geben natürlich die Unterfarben und die Oberfarben unterschiedliche Punktzahlen und auch Sansatou wird anders bepunktet. Für die Unterfarben gibt es ab dem siebten Stich 20 Punkte. Das heißt, wenn ich einen Treff erfülle, bekomme ich 20 Punkte. Für die Oberfarben gibt es 30 Punkte pro Stich. Als Beispiel, wenn ich zwei Chör erfülle, kriege ich 60 Punkte. Und Sansatou gibt für den siebten Stich 40 Punkte und für jeden weiteren 30. Also im Prinzip 10 mehr als Oberfarbe. Zum Beispiel, zwei Sansatou gibt 70 Punkte. Das war aber noch nicht alles mit dem erfüllten Kontrakt und es gibt auch noch Prämien. Die Prämie, die man am häufigsten hat, ist die Teilkontraktprämie. Und zwar kriegt man für jeden Teilkontrakt, unabhängig davon, ob ich jetzt einen Treff erfülle für nur 20 Punkte oder drei Chör für 90, kriege ich extra 50 Punkte. Das heißt, wenn ich in einem Turnier zwei Peak erfülle, kriege ich zweimal 30 Punkte für den siebten und achten Peakstich und 50 Punkte extra für die Teilkontraktprämie. Jeder Überstich zählt dabei genauso viel, als hätte ich ihn angesagt. Also zum Beispiel zwei Chör plus eins gibt 60 Punkte plus 50 für den Teilkontrakt plus nochmal 30 für den Überstich. Gibt also genauso viele Punkte wie drei Chör erfüllt. Aber Achtung! Sobald wir ins Vollspiel gehen, gibt es eine extra Vollspielprämie. Und diese Vollspielprämie ist 300 Punkte oder 500 Punkte, je nach Gefahrenlage. Die Gefahrenlage besprechen wir gleich noch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Nichtgefahr vier Chör erfülle, bekomme ich dafür 120 Punkte für die vier Chörstiche und dazu noch 300 Punkte für die Vollspielprämie. Also insgesamt 420. Wenn ich drei Chör plus eins spiele, kriege ich auch die 120 Punkte für die vier Chörstiche. Ich kriege aber nur die Teilkontraktprämie von 50. Genau deswegen soll man ja Vollspiele ausreizen. Das war ja jetzt eigentlich gar nicht so schwierig. So einfach kann Bridge sein und die meisten Scores lassen sich damit schon erklären. Aber was ist denn diese Gefahrenlage eigentlich? Um euch die Gefahrenlage zu erläutern und um euch auch ein paar Rechenbeispiele zu geben, habe ich mich dazu entschlossen, so ein kleines Sofortturnierchen zu spielen. Und ihr seht hier oben links in der Ecke erstmal vier so weiße Balken. Vielleicht sind die euch schon mal aufgefallen. Vielleicht wisst ihr auch schon, was sie bedeuten. Weiß bedeutet immer, wir sind in Nichtgefahr. Es gibt vier verschiedene Gefahrenlagen. Entweder alle in Nichtgefahr oder Nord-Süd in Gefahr oder Ost-West in Gefahr oder alle vier in Gefahr. Diese vier Typen an Gefahrenlage kommen alle gleich häufig vor und kommen einfach immer im Wechsel dran. Außerdem seht ihr hier oben im Eck ein D. Das D steht für Dealer, also der Geber. Das ist der, der als erstes mit der Reizung dran ist. Ich spiele jetzt das Turnier einfach im Schnelldurchlauf vor euch und hoffentlich sind bei den Ergebnissen ein paar gute Rechenbeispiele dabei. So, das Turnier ist vorbei und zu Übungszwecken machen wir das jetzt folgendermaßen, dass ich die Ergebnisse für euch erstmal zensiere, sodass ihr vielleicht ein bisschen mitdenken könnt. So, am ersten Wort seht ihr, habe ich fünf Chör gereizt und erfüllt. Das heißt, wir kriegen fünfmal 30 Punkte, denn 30 Punkte für jeden Stich ab dem siebten und zusätzlich die Vollspielprämie. Wir sind hier in Nichtgefahr, wie man hier oben sieht. Das heißt, die Vollspielprämie sind 300 Punkte, also 450 Punkte für uns. In Bot 2 habe ich vier Peak gereizt und erfüllt. Vier Peak sind wieder viermal 30 Punkte, also 120. Und zusätzlich gibt es nochmal die Vollspielprämie, diesmal aber 500 Punkte, denn wir sind ja in Gefahr. Schaut mal hier, Rot gegen Weiß. Das bedeutet, wir kriegen 620 Punkte. In Bot 3 habe ich drei Saint-Satou gereizt und drei Überstiche gemacht. Wir haben gelernt, für den ersten Stich gibt es 40, für jeden weiteren 30. Also 40 plus 5 mal 30 sind 190 Punkte und zusätzlich die Vollspielprämie von 300, also sind wir bei 490 Punkten. Ich persönlich rechne hier ganz gerne, so wie in Oberfarbe, also 6 mal 30 Punkte und dann nochmal 10 dazu. In Bot 4 habe ich zwei Peak gereizt und drei Überstiche gemacht. Das heißt, ich habe das Vollspiel verpasst, vielleicht war es meine Schuld, vielleicht auch Partner. Darum geht es aber heute nicht, denn wichtig ist heute den Score zu berechnen. Wir haben also fünf Stiche ab dem siebten gemacht, sind 5 mal 30, also 150 Punkte, plus 50 für die Teilkontraktprämie. Denkt daran, die Teilkontraktprämie ist unabhängig davon, ob ich in Gefahr bin oder nicht Gefahr. In Bot 5 sind wir wieder in Gefahr gegen Nichtgefahr. Ich habe fünf Treff gereizt und erfüllt, 5 mal 20 sind 100 Punkte und zusätzlich die Vollspielprämie von 500 Punkten, denn wir sind ja in Gefahr. Sind wir also bei 600 Punkten. In Bot Nummer 7 habe ich drei Sonsatour gereizt, habe einen Überstich gemacht. Das heißt, wir rechnen 4 mal 30 plus 10 sind 130. Rechnen wir uns dazu die Vollspielprämie dazu. Die Vollspielprämie sind in dem Fall 600 Punkte, denn wir sind wieder in Gefahr. Und damit kommen wir auf den Score von 630 Punkten. Und im letzten Board sind wir in 1 Sonsatour gelandet, was ich auch erfüllen konnte. Das heißt, es gibt genau 40 Punkte für diesen einen siebten Stich und dazu noch die Teilkontraktprämie von 50, also 90. Board Nummer 6, tanzt hier ein bisschen aus der Reihe, denn hier habe ich den Kontrakt nicht erfüllt. Ich habe vier Kör gereizt und bin zweimal gefallen und es hat 100 Punkte gekostet. Und wie Faller berechnet werden, das zeige ich euch jetzt. Faller sind im Prinzip noch einen Ticken einfacher als erfüllte Kontrakte, denn beim Faller ist es egal, in welchem Kontrakt ich bin. Egal, ob ich 600 Sonsatour minus 1 spiele oder ein Karo minus 1, ein Faller ist immer ein Faller. Und ein Faller kostet in Nichtgefahr 50 Punkte und in Gefahr 100. Jeder weitere Faller genauso viel. Also zum Beispiel 600 Sonsatour minus 5 in Gefahr sind minus 500. 3 Pik minus 5 in Gefahr sind auch 500. In Nichtgefahr hingegen sind 600 Sonsatour minus 5 nur 250. Im Unterschied zum erfüllten Kontrakt klickt natürlich in diesem Fall der Gegner die Punkte gut geschrieben und nicht ihr. Und das war auch schon eigentlich alles, was es zu Fallern zu sagen gibt, außer Contra. Was ist denn Contra? Das Contra gilt beim Bridge wie ein normales Gebot. Das heißt auch nach Contra geht die Reizung so lange weiter, bis dreimal gepasst wird. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir mal an, Nord eröffnet hier fälschlicherweise ein Pik. Entweder weil er sich verzählt hat, kann ja mal passieren. Oder was auch immer. Ost passt hier und Süd ist ein bisschen aggressiv gelaunt und springt in 4 Peak. Jetzt hat West natürlich eine super schöne Hand, um zu kontrieren. Dann drückt er hier auf Double. Manchmal ist es in Englisch eben angegeben als Double. Nord könnte hier sogar Redouble drücken, aber das lassen wir jetzt erstmal weg. Das heißt, es wird dreimal gepasst. Süd hätte jetzt sogar nochmal die Möglichkeit zu reizen. Schaut, Contra gilt ganz normal als Gebot. Sobald Süd jetzt reizt, zum Beispiel 5 Chöhr, wäre jetzt im aktuellen Fall ein ziemlicher Glückstreffer. Dann wäre das Contra natürlich aufgehoben. West hat dann wieder die Möglichkeit zu kontrieren, oder in dem Fall vielleicht Ost. Aber das Contra bleibt nicht für immer bestehen. Wenn aber dreimal gepasst wird, dann wird jetzt 4 Peak im Contra gespielt. Und das Contra hat folgende Auswirkungen. Wenn ihr euren Kontrakt erfüllt, also wenn die 4 Peak erfüllt werden, dann gibt es mehr Punkte für den Line-Spieler. Wenn die 4 Peak aber fallen, dann kostet es auch mehr. Und kontriert sehen die Faller dann folgendermaßen aus, dass ein Faller in Nichtgefahren nicht mehr 50 kostet, sondern schon 100. Und was draufkommt, der zweite Faller steigt dann nicht mehr linear, sondern der kostet nochmal richtig extra. Also der erste Faller kostet 100, der zweite und der dritte dann jeweils 200. Also zum Beispiel 3 Sansatur im Contra minus 1 in Nichtgefahr sind 100. 3 Sansatur im Contra minus 2 in Nichtgefahr sind schon 300. Und minus 3 in Nichtgefahr sind bereits 500. Ab dem vierten Faller wird es dann richtig teuer, denn dann kostet jeder Faller 300 extra. Das heißt, 3 Sansatur im Contra minus 4 sind schon 800 Punkte. Jetzt bewegen wir uns also in Größenordnungen, wo es richtig teuer wird. Wenn ihr also glaubt, ihr fallt in einem Kontrakt viermal, lasst es lieber sein, denn kontriert wird das richtig teuer. In Gefahr begeben wir uns nochmal in ganz andere Ebenen. Denn der erste Faller im Contra in Gefahr sind schon 200 Punkte anstatt 100. Der zweite Faller kostet dann jeweils 300 und der dritte auch. Das heißt, 3 Sansatur im Contra minus 3 sind bereits minus 800 Punkte für euch. Ihr merkt also schnell, wenn ihr in Gefahr irgendeinen richtig blöden Kontrakt ausreizt, das wird sehr schnell sehr teuer. Deswegen heißt es ja auch Gefahrenlage. Wenn ihr in Rot seid, macht keinen Mist. Nur weil man keinen Mist machen soll, heißt aber nicht, dass man sein Vollspiel nicht ausreizen soll. Denn wir haben ja gelernt, der Vollspielbonus in Gefahr gibt richtig viel Kohle. Also man darf ruhig aggressiv reizen, nur eben nicht leichtsinnig. Was passiert jetzt, wenn ich einen Kontrakt im Contra erfülle? Jetzt passiert folgendes, die Stichprämie, die ich mache, wird verdoppelt. Also zum Beispiel, wenn ich 1 Sansatur erfülle, sind es ja 40 plus 50 Punkte für den Teilkontrakt. Wenn ich jetzt kontriert werde und 1 Sansatur im Contra erfülle, dann werden diese 40 Punkte verdoppelt. Das heißt, ich kriege 80 Punkte plus 50 Punkte für den Teilkontrakt. Zusätzlich dazu kriege ich aber noch einen Bonus, weil meine Gegner das Kontra vermasselt haben. Dieser Bonus beläuft sich auf 50 Punkte. Das heißt, 1 Sansatur im Contra erfüllt. Ich gebe dir jetzt folgende Boni. 40 mal 2 sind 80, plus 50 für den Teilkontrakt und plus 50 für das vermasselte Contra. Also insgesamt 180 Punkte. Hier aber ein großes Ausrufezeichen. Achtung! Wenn eure Stichprämie durch das Contra 100 Punkte überschreitet, dann zählt das Ganze als Vollspiel. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass es die Vollspielprämie immer dann gibt, wenn die Stichprämie 100 überschreitet. Das heißt, 5 Unterfarbe geben 100 Punkte, deswegen sind 5 Unterfarbe ein Vollspiel. 4 Oberfarbe geben 120 Punkte, deswegen sind 4 Oberfarbe ein Vollspiel. Und 3 Sansatur sind auch exakt 100 Punkte und deswegen kriegt man ab 3 Sansatur bereits die Vollspielprämie. Wenn man jetzt zum Beispiel 2 Peak im Contra erfüllt, dann sind 2 Peak ja erstmal 60 Punkte, plus die Prämie für das Teilspiel. Aber kontriert sind diese 60 Punkte ja 120. Und in diesem Moment, wenn ihr 2 Peak im Contra erfüllt, kriegt ihr nicht mehr die Teilkontraktprämie, sondern die Vollspielprämie. Jemanden also im Teilkontrakt kontrieren, kann eine sehr gefährliche Sache sein. Das sollte man nur tun, wenn man sich sicher ist, was man tut. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen, außer vielleicht noch das Re-Contra. Das kommt zwar sehr selten vor, aber dennoch der Vollständigkeit halber, beim Re-Contra wird einfach die Stichprämie nicht mehr mal 2 genommen, wie beim Contra, sondern mal 4. Und zusätzlich wird auch die Stichprämie nochmal verdoppelt. Also zum Beispiel 1 Sansatur im Re-Contra sind erstmal 40 Punkte, die werden mal 4 genommen. Also habe ich 160 Punkte als Stichprämie, plus 100 Punkte, weil ich das Re-Contra erfolgreich durchgesetzt habe. Zusätzlich kriege ich jetzt nicht mehr die Teilspielprämie von 50, sondern die Vollspielprämie, denn wir haben ja jetzt die 100 Punkte geknackt. Wir sind bei 160 Punkten, also gibt es die Vollspielprämie. Neben der Teilkontraktprämie von 50 und der Vollspielprämie, die er 300 oder 500 betragen kann, gibt es dann noch höhere Prämien? Ja, die gibt es. Nämlich, wenn ich wirklich so stark bin, dass ich den Schlemm ansagen kann. Schlemm bedeutet, ich sage alle Stiche bis auf einen an, beziehungsweise im Großschlemm sage ich alle Stiche an. Also, auf gut Deutsch, nehmen wir ein Beispiel, 6-Pik. 6-Pik ist Kleinschlemm, denn ich darf nur einen Stich abgeben. 7-Pik ist Großschlemm, denn ich darf gar keinen einzigen Stich abgeben. So hohe Spiele geben nochmal richtig fette Prämien, unabhängig ob Unterfarbe, Oberfarbe oder Sansatou. 6 gibt immer eine extra Kleinschlemmprämie und 7 gibt immer eine extra Großschlemmprämie. Die Kleinschlemmprämie beträgt in Nichtgefahr 500 und in Gefahr 750. Die Großschlemmprämie beträgt in Nichtgefahr 1000 und in Gefahr 1500. Kleines Beispiel. Wir spielen 6-Pik in Nichtgefahr und erfüllen. 6-Pik bedeutet erstmal 180 für die 6-Pik-Stiche. Dann kriegen wir zusätzlich die Vollspielprämie von 300, damit sind wir bei 480 und zusätzlich kommt nochmal obendrauf 500 Punkte für die Kleinschlemmprämie, also 980 Punkte insgesamt. Nächstes Beispiel. 7-Pik erfüllt in Gefahr. Jetzt haben wir 7 mal 30 Punkte, also 210. Zusätzlich klicken wir die Vollspielprämie von 500. Das sind also schon 710 Punkte und jetzt kommt nochmal ein richtig fetter Batzen obendrauf für den Großschlemm in Gefahr. 1500 Punkte plus die 710, die wir gerade hatten, sind wir bei 2210 Punkten. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, denn mit so hohen Zahlen hantiere ich doch selten. Insbesondere der Großschlemm kommt gar nicht so häufig vor. Aber um das jetzt ein bisschen zu verdeutlichen, schauen wir uns ein paar Übungsboards an. Ja, wie gesagt, so ein Großschlemm kommt eigentlich gar nicht so häufig vor. Und wenn er doch vorkommt, seien wir mal ehrlich, uns ist es doch eigentlich egal, ob er jetzt 1000 oder 2000 Punkte gibt. Wir reizen ihn aus, weil es cool ist, anzusagen, alle Stiche zu machen und sie dann auch alle zu schaffen. Es ist einfach ein super Gefühl, wenn man alle Stiche macht und im besten Kontrakt überhaupt sein kann, nämlich im Großschlemm. Was aber viel häufiger vorkommt, ist Verteidigen. Und da ist ein gutes Grundwissen um die Gefahrenlage wirklich essentiell. Und dafür zeige ich euch mal ein Beispiel, das gar nicht so weit hergeholt ist. Wir sind hier Teiler und mit zwei Punkten haben wir wirklich keinen Auftrag. Wir passen also. West hat eine einfache Ein-Picker-Öffnung und Nord hätte natürlich furchtbar gerne jetzt einen Treffer öffnet. Kann er jetzt aber nicht mehr. Deswegen muss er jetzt schon auf die Zweierstufe und Zweitreff gegenreizen. Die Punktzahl und die schöne Trefffarbe gibt es auf jeden Fall her. Ost lässt sich hier aber nicht lumpen. Ist schon ein bisschen erfahrenerer Spieler und springt direkt in 4-Pick. Tja, ich habe hier unten nur zwei Punkte. Ich kann nichts machen. Also lasse ich die Gegner 4-Pick spielen. Zumindest ist das, was man intuitiv denken würde. Aber schaut mal, was passiert. Ein erfahrener Spieler würde jetzt hier unten fünf Treff bieten. Ich möchte jetzt gar nicht von euch erwarten, dass ihr das automatisch seht. Aber als Beispiel ist es doch ganz interessant mal zu sehen, was jetzt passiert. West lässt sich hier natürlich nicht lumpen und denkt sich, seid ihr bekloppt. Die fünf Treffen macht ihr nicht. Also kontriert West. Alles wird gepasst. Und wir spielen fünf Treffen im Kontra. Das Spiel kann man jetzt auch relativ zügig abhandeln. Ost wird wahrscheinlich Peak ausspielen, denn das war ja die Farbe seines Partners. Partner spielt Peak weiter. Und wir haben das Glück, dass wir keine Peak-Karten mehr haben. Können also schnappen. Jetzt ziehen wir die Trümpfe. Auch das ist nicht so eine komplexe Aufgabe. Denn wir müssen nur einmal ziehen. Jeder bedient einmal. Alle Trümpfe sind weg. Tolle Sache. Dann haben wir gelernt, Stiche abgeben kann man auch früh machen. Geben wir also mal einen Körstich ab. Dann spielt der Gegner vielleicht Karo. Das nehmen wir mit dem Ass. Und auch Karo können wir jetzt abgeben. Gegner nimmt noch einen Karo-Stich. Und den Rest seht ihr vielleicht schon, kann man hin und her schnappen. Also wenn der Gegner jetzt zum Beispiel Peak spielt, dann können wir das auf dem Tisch schnappen. Und jetzt haben wir nur noch Trümpfe. Und jetzt haben wir nur noch Trümpfe. Und jetzt können wir also claimen. Fünf Treff im Kontra minus zwei. Jetzt sagt natürlich vielleicht der ein oder andere nicht so erfahrene Spieler, Mist, wir haben unseren Kontrakt nicht erfüllt. Aber was ist denn eigentlich gerade passiert? Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Fünf Treff im Kontra minus zwei haben wir gelernt. Der erste Faller kostet 100, der zweite Faller 300. Die Gegner haben aber vier Peak drin. Im aktuellen Fall machen sie sogar den Überstich. Das heißt, wenn wir die Gegner vier Peak spielen lassen, machen sie vier Peak plus eins. Das gibt, haben wir gelernt, 150 Punkte für die Stichanzahl plus 500 Punkte für die Vollspielprämie. Das heißt, der Gegner macht 650 Punkte. Und wir haben jetzt eine Verteidigung dafür gefunden. Man nennt das auch Opferkontrakt. Denn wir haben einen Kontrakt gespielt, den wir nicht erfüllen können. Aber sogar wenn er kontriert zweimal down geht, wenn wir zweimal fallen, lohnt es sich immer noch, denn wir haben 650 Punkte gegen 300 eingetauscht. Beziehungsweise, um genauer zu sein, minus 650 gegen minus 300. Sogar, wenn wir dreimal gefallen wären und noch einen Stich mehr abgegeben hätten, hätten wir 650 für 500 getauscht und es hätte sich immer noch gelohnt. Ja, wie und wann man genau verteidigt, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber auch dazu wird es eine Folge geben. Als kleines Schmankerl war es aber vielleicht doch gut zu sehen, aha, wenn ich um die Gefahrenlage weiß, kann ich das auch zu meinem Vorteil nutzen. Und insbesondere die Gefahrenlage weiß gegen rot, das ist eine Gefahrenlage, wo ich mir einiges erlauben kann und wo ich häufig günstige Verteidigungen finden kann. Denn der Gegner kriegt sehr viele Punkte für das Vollspiel und ich verliere nur sehr wenig Punkte, wenn ich falle. Ich hoffe jetzt sehr, dass ich mit diesem Video weitere Anregungen für euch geschaffen habe und das Bridge-Spiel noch interessanter gemacht habe. Hoffentlich versteht ihr jetzt, wie das Score-System im Bridge funktioniert und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einem Bridge-Tutorial mit Spieltechnik. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss, macht's gut! Tschüss!